Hallo meine Lieben, ja zuerst möchte ich euch ein wunderschönes Osterwochenende wünschen. Ja und ich habe mir überlegt eine kleine Osteraktion für euch zu machen und zwar habe ich mir überlegt, denn es wird meistens zusammen bestellt, mein Messbecher und die passenden Bienenwachstücher dazu und ich habe mir überlegt, ich mache eine tolle Osteraktion und zwar von heute Karfreitag bis Ostermontag bekommt ihr meinen Messbecher plus zwei passende Bienenwachstücher zum Abdecken. Ich zeige es euch gleich, wie es funktioniert. 15% günstiger als sonst, also nur noch bis Ostermontag und zwar bei meinem Messbecher habe ich ja bewusst auf einen Deckel verzichtet, aber wenn ihr doch mal was habt, wo ihr abdecken mögt, mögt für den Kühlschrank oder so, dann kann ich euch meine Bienenwachstücher wärmstens empfehlen und zwar im Doppelpack, die passen perfekt von der Größe her, einfach drauflegen, bisschen so einschlagen und dann habt ihr wunderbar euren Messbecher abgedeckt. Wichtig ist nur, dass ihr nur kalte Speisen abdeckt mit dem Bienenwachstuch, also keine heißen Sachen abdecken und so könnt ihr das wunderbar in den Kühlschrank stellen. Alles weitere Infos zu den Bienenwachstüchern, es sind zwei Stück, eben passend für den Messbecher, einmal mit großen Sternchen, einmal mit kleinen Sternchen. Auf der Rückseite findet ihr alles Wichtige, wie ihr die pflegt und was ihr dürft, was ihr nicht dürft, also alle Infos zu den Bienenwachstüchern steht auf der Rückseite. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch ganz tolle Ostern und viel Spaß mit meiner tollen Osteraktion, ab sofort bestellbar in meinem Shop, Link findet ihr wie immer unten direkt in der Infobox. Ja, macht es gut, eure Ruckzuckmanu. Ja, macht es gut, eure Ruckzuckmanu.